Hallo alle zusammen, ich bin die Angela Meier und in dieser Playlist findest du alle Stücke aus meinem neuen Heft One by One, Band 2. Ich habe elf kurze Stücke für klassische Gitarre geschrieben. Vielleicht kannst du sie in deiner Arbeit als Gitarrenlehrer gut gebrauchen oder du spielst sie einfach selbst. Die Noten sind erhältlich, bitte folge dir mit dem unten stehenden Link. Ich wünsche dir viel Spaß. If you like music, please follow the link. Have fun!